Hallo zu meinem ersten Live Commentary alleine. Ich hatte davor ein Dual Live Commentary mit meinem Freund CNA Quickscoper. Ja, ich kann das Dual Commentary in der Beschreibung verlinken, dass ihr auch mal unser Dual Commentary seht. Ja, und ich habe auch vor kurzem erst eine Sniper Montage gemacht. Die kann ich auch mal gerne in der Beschreibung verlinken. Ja, und ich nehme in diesem Gameplay die ACM oder ACR mit verlängertem Magazin und Schalldämpfer. Ja, und als Zweitwaffe habe ich die Vultour. Ja, klar. Dann habe ich die Vultour. Dann habe ich noch Splittergranate und Panzerweste Elite. Und ich weiß nicht, wieso ich Feldspezialist habe. Ja, eigentlich hatte ich da sonst... Was hatte ich da? Athlet Elite oder... Weiß ich nicht. Ja, ich bin jetzt mit dem ersten Prestige Rang 52. Ja, und... Was gibt's noch, was ich sagen kann? Gammelt der da oben rum. Ja, ich spiele jetzt hier gerade auf dem iPad 3. Sonst habe ich immer auf dem iPad 4 gezockt. Ja, aber dann habe ich mir halt ein iPad 3 gekauft. Ja, und dann... Ich habe mit dem gezockt. Gammelt der da oben rum. Ja, und ich habe heute gesehen, dass Nova 3 heute rausgekommen ist. Ja, da wollte ich es mir kaufen. Und dann habe ich gesehen, dass ich nur noch 51 Cent auf iTunes habe. Und jetzt muss ich mir natürlich... ...morgen erst mal eine iTunes-Karte kaufen. Ja, ich werde dann... Ich werde dann morgen auch ein paar Gameplays zu Nova 3 machen. Ja, und dann werde ich... Ich habe mir schon ein paar Gameplays angeguckt. Werde ich schauen, ob man dort Quickscopen kann. Als richtig Snipern. Und dann dort von diesem Spiel auch eine Sniper-Montage machen. Und ich habe mir auch vorgenommen, ich mache... ...in der nächsten Woche... ...oder... ...diese Woche vielleicht noch... ...noch mal eine... ...bimmelt der Gesicht... ...dann nochmal eine Sniper-Montage machen. Ja... ...ich nehme die Sniper halt... ...zure Zeit immer mit verlängertem... ...Magazin... ...und Schalldämpfer. Ja... Ah ne, jetzt habe ich sie gerade mit Schrift und... ...verlängertem Magazin. Vergessen zu ziehen, Mann. Hier versuche ich jetzt auch mal zu Quickscopen. Ich kann das mit der Halterung nicht. Was gibt's noch? Ja, ich hatte ja heute kein Geld auf iTunes. Dann bin ich zu meinem Freund gegangen und habe gefragt, ob er noch Geld auf seiner Apple-ID hat. Da hat er gesagt, er weiß sein Passwort nicht mehr. Dann bin ich zu meinem Cousin gegangen. Und dann hatte der vier Euro drauf. Da konnte der es sich natürlich auch nicht kaufen. Ja, und jetzt muss ich mir doch eine iTunes-Karte kaufen. Ja. Nein. Scheiße. Ach, scheiß drauf, dass der Mann die Schütze kaputt gemacht hat. Ja, ich finde die OPS 55 ist ein bisschen überpowered, aber auf dem iPad 3 irgendwie finde ich, dass die TZ4, also in echt die M16, auch ein bisschen überpowered ist. Ja, ich habe mir das vorgestellt, ich mache mehrere Commentaries jetzt auf diesem Channel. Und ja, ich habe gedacht, ich mache noch mehr Live-Commentaries auf dem Channel. Ja, mein Freund wird auch bald MW3-Videos reinstellen. Und noch einer drin. Ich habe MW3-Videos reinstellen. Und das nervt mich an der OPS. Die ist im Nahkampf überpowered. Und im Fernkampf braucht sie 40 Schüsse, bis sie einen killt. Und jetzt gleich mal die TZ4 kompakt nehmen, wenn ich jetzt mal sterbe. 60 zu 7, so gut bin ich jetzt gerade nicht. Ja, und wenn ihr das Spiel Nova 3 schon habt, dann könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet. Ob man dort snipen kann und alles. Ja, und ich will wissen, ob sich der Preis lohnt. Ja, aber ich glaube schon, dass der Preis sich lohnt. Ja, ich habe auch vor, jetzt bald mal wieder ein Dual-Live-Commentary zu machen. Vielleicht jetzt mit jemand anders, nicht mit CNA Quickscoper, sondern vielleicht mal CNA MK Black oder CNA Goodlake oder irgendjemand. Wie kann man nicht nur nicht sehen? Hier, trifft man die Leute mit der TZ4 richtig. Hier, vier Schüsse. Drei Schüsse. Und es ist keine Ahnung, wie es aussieht. Da sieht man, dass die Waffe überpowered ist. Ja, klar. Ja, das war es eigentlich. Von meinem Live-Commentary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bewerten, kommentieren und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ich werde, glaube ich, das nächste Mal ein Nova 3 Gameplay machen. Also der Score ist 22 zu 9, nicht so gut. Aber... Den kriege ich noch hier. Okay, der Score ist 24 zu 9, also bis zum nächsten Mal. Ciao.